Auch mal den sicheren Punkt zu machen. Kameraden Patrick Baum. Der wischt den ersten Satz. 5 zu 2. Führung, sichere Rückhand. Timo Boll. Starke Vorhand über dem Tisch. Und 6 Satzwelle. Und von Kaltstart kann von Timo Boll bei Timo Boll nun überhaupt keine Rede. Seinen tollen Start in die Bundesliga hatte. Den Ball erstmal zurückzubringen. Gegen Boll bestehen kann. Weil das natürlich nochmal eine ganz andere Liga ist. Deshalb verlassen Kursowski und Rosik jetzt schon die Halle. Damit der Deutsche den Punkt schon sehr bald gegen Patrick Baum an den Tisch gehen zu müssen. Und wenn Kenji Matsudera nicht schon mit 2 zu 8 zurückgelegen hätte im zweiten Satz, hätte das durchaus eine ganz, ganz enge Angelegenheit werden können. Klasse über dem Tisch gespielt mit der Vorhand. Bällchen. Zurückhästen. Was für eine Vorführung? Im letzten Moment. Ja auch mal den Mut der Verzweiflung, versucht Matsudera dann auch mal was. In diesem Match. Der Rekord-Europameister hat dieses Match nicht nur gewonnen, er hat ja einen großartigen Auftritt abgeliefert. Ein ganz famoses Spiel von Timo Boll auf allerhöchstem Niveau. Er hat die Form, die er an dem Finaltag der Europameisterschaft an den Tag gelegt hat, aber sowas von konserviert, dass Kenji Matsudera am heutigen Tag absolut chancenlos war gegen Timo Boll, der Borussia Düsseldorf mit 1 zu 0 in Führung bringt. Vielen Dank.